Hallo und willkommen zu meinem Atelier. Ich bin Quang und seit drei Semester studiere ich an HBK Dresden. Und wie ihr euch denken könnt, ich bin ein Maler. Ich mache also hauptsächlich Bilder und interessiere mich für die genständige, figurliche Malerei. Der Grund dafür ist, dass ich die Menschlichkeit im Bild immer sehr reißvoll finde. Für mich können die Figuren im Bild viel Emotionen erzeugen und sie haben auch die Fähigkeit, das Herz des Beobachters zu berühren. So fühle ich mich durch meine persönlichen Erfahrungen. Genständigkeit spielt auch eine große Rolle in meinem Bild. Ich liebe die Natur und ich liebe auch meinen Eindruck von ihr darzustellen. Deswegen sind die meisten Becken von mir nicht konzeptionell, aber eher direkt, experimentell und ziehen nur auf die Formen, Farben und Kompositionen im Bild ab. Mein Lieblingsmaterial ist Ölfarbe. Ich benutze die Ölfarben für meine Suche nach neuen Formen, neuen Kompositionen und was mir besonders sehr wichtig ist, die Farbigkeit im Bild. Ich liebe Farben. Jetzt stelle ich meine Wecken auf der Webseite von Schönen Kurzmach aus. Hier könnt ihr die Wecken finden, die zum Kaufen verfurchtbar sind. Aber wenn ihr noch mehr Bilder von mir anschauen möchtet, könnt ihr gerne mein privates Instagram-Konto besuchen. Hier habe ich meinen neuesten Becken. Ich freue mich über eure Ruhmeldung und ich hoffe, dass euch dieses kurze Forschungsvideo von mir gefallen hat.